BISAFLOR 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 Hey, seht mal, das ist ja ein BISAFLOR! Das ist ja riesig! BISAFLOR, die letzte Entwicklungsstufe des Bisasamen. Dieses Samen-Pokémon nutzt die Strahlen der Sonne als Energiequelle. Das würde ja heißen, BISAFLOR ist eine Pflanze. Ich kann meinen Bisasamen leider nirgendwo entdecken. Hey Ash, Bisasamen hat immer noch ein Pflaster auf dem Kopf. Oh, da ist es ja! Hallo, hier sind die... Ash, hast du vergessen, dass wir Menschen hier eigentlich gar nicht sein dürften? Ja, richtig. Kommt, wir beobachten das Treffen. Ja! 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 Ja!